Mein Name ist Dana Gavron, Inhaberin des Geschäftes Zivilia Feinart Köln. So einzigartig wie jede Frau, so einzigartig auch der Schmuck, den ich anbiete. Schmuck lieben, wertschätzen und mit allen Sinnen genießen ist mein Motto. Schmuckstücke und Uhren aus allen renommierten Häusern werden bei mir zu besonders attraktiven Konditionen angeboten. Jedes Schmuckstück bekommt eine zweite Chance, getragen und geliebt zu werden. Ich freue mich, Sie in meinem Juweliergeschäft auf der Hohestrasse 134 C in Köln begrüßen zu dürfen. Auch online sind wir für Sie da unter www.juwelier-feinart.colon. Ihre Dana Gavron